Perfektion und Ästhetik sind die Basis auf der Rollladen Brei in Iserlohn seit mehr als einem halben Jahrhundert seine Kunden begeistert. Ein enormes Angebot an hochwertigen Garagentoren gehört hierbei ebenso zu wie unsere modernen Haustüren, die aktuellen Anforderungen an Wärmedämmung und Einbruchsschutz mehr als gerecht werden. Wir möchten, dass Sie Ihr Zuhause unbeschwert genießen können. Daher ist eine einfache und intuitive Bedienung aller unserer Produkte ebenso selbstverständlich wie ein formvollendetes Design. Mit unseren Lösungen wird jeder Außenbereich zum Wohnraum und damit zu einer ästhetischen Aufwertung Ihrer Immobilie. Tradition und Innovation stellen bei uns keine Gegensätze dar. Unser Antrieb ist, Ihnen mit unseren Produkten einen größtmöglichen Komfort rund um Ihr Haus zu gewährleisten. Rollladen Brei wurde 1962 von Horst Brein als Spezialbetrieb für Rollläden und Jalousien in Iserlohn gegründet und entwickelte sich schnell zum Experten für Sonnenschutzlösungen. Ich bin schon ein wenig stolz, dass wir heutzutage als führende Anbieter für Rollladen und Sonnenschutztechnik im Märkischen Kreis und darüber hinaus gelten. Und wenn Sie sich das mal live anschauen möchten, dann sind Sie gerne eingeladen in unsere Ausstellung zu kommen. Neben einem umfangreichen Programm an Sonnenschutzlösungen finden Sie auch viele weitere Inspirationen, wie Terrassenüberdachungen und Glasoasen, die Ihr Haus und Ihren Garten in neuem Glanz erstrahlen lassen. Oder Sie werfen einen Blick auf unsere Gartenausstellung und machen sich ein Bild davon, was alles möglich ist. Seien es hochwertige Gartenmöbel, zahlreiche Accessoires, innovative Beleuchtungsmöglichkeiten oder erlesene Stoffe. Nützliche Helfer wie Schmutzfangmatten runden unser Angebot ab. Eine große Vielfalt an Garagentoren und Türen sorgt nicht nur für einen guten ersten Eindruck, sondern auch für modernste Sicherheitstechnik. Im Innenraum unserer Ausstellung zeigen wir Ihnen darüber hinaus, wie Jalousien Ihren Wohnraum aufwerten und zugleich für einen angenehmen Sonnen- und Sichtschutz sorgen. Wir investieren permanent in Fortbildungen. Das verschafft uns ein Fachwissen, das immer auf der Höhe der Zeit ist. Neben dem wirklich hohen Anspruch, den wir an die Qualität unserer Produkte haben, ist es für uns wichtig, dass unser Team ganz nah am Kunden ist. Eine zuverlässige Montage und Wartung sowie fachmännische Reparatur sorgen dafür, dass Ihr Produkt aus unserem Hause dauerhaft schön und funktionsfähig bleibt. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich für uns. Wenn es um Ihr Zuhause geht, um den Ort, wo Sie wohnen, brauchen Sie einen zuverlässigen Partner. Dazu gehört natürlich auch, dass die Technik, die wir anbieten, immer das Modernste und Beste ist, was wir am Markt finden. Die hohe Fach- und Beratungskompetenz sind die Voraussetzungen für den langjährigen Geschäftserfolg des Meisterfachbetriebs. Mit dieser ausgeprägten Kundenorientierung, hoher Produktqualität und professionellen Know-how ist Orladenbrei gut aufgestellt für die Zukunft. Überzeugen Sie sich selber von unseren vielseitigen Produkten für noch mehr Wohnkomfort und besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräumen in der Friedrich-Kaiser-Straße 19 in Iserlohn. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank!